hallöchen ihr war nausend da draußen und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde b happy so und ich habe es geschafft ich habe tatsächlich botanik bekommen aus einer drohne ich habe ein bisschen offscreen gemacht dass das ich da vielleicht irgendwann hinkommen und ich habe es ehrlich geschafft ich glaube es einfach nicht dass ich gepackt habe und ich habe keine ahnung warum hier vertility drauf ist mir scheißegal ich habe sie gepackt ich glaube einfach nicht dass ich wirklich geschafft habe die scheiße fertig zu kriegen und jetzt müssen wir mystic flowers machen was relativ einfach ist da brauchen wir nur 16 rot schwarz weiß haben wir sowieso zyran haben wir glaube ich auch schon oder zyran auf jeden fall rot haben weiß aber schwarz haben wir das heißt wir wollen mal hier ein bisschen dinger sammeln einfachste der welt brauchen wir die biene gar nicht nehmen für denn so kriegen wir glaube ich leichter so rot war ja auch dabei also mal rot auch direkt so du bitte auch einmal wachsen danke gut dauert ein bisschen weil wir halt rot und so nicht hoch gezüchtet haben blau ist schon ein bisschen höher ich weiß jetzt gerade nur nicht aber wir haben noch zehn rote das gut zyran schwarz weiß das und dort andere war schon fällig so dann machen wir es mal schwarz und weiß schon mal schwarz weiß und da bitte auch danke so nächste fuhr 16 stück von jedem ist jetzt nicht nicht so schlimm ist halt nur kurz einmal ein bisschen was ernten hier sollten wir glaube ich hinkriegen gehe ich mal stark von aus dann haben wir die quest nämlich auffällig und dann ja fehlt eigentlich jetzt erst mal noch jellorium die 16 und elviary und blabla ich habe schon zieht hinten reingekloppt im squeezer dass wir ein bisschen zieht oil kriegen dass wir da auch schon mal vielleicht beginnen können dass wir die elviary schon mal ein paar blocks kriegen auf jeden fall weil er dauert ja auch noch ewig bis wir da durch sind und ich weiß ja nicht ob da vielleicht auch noch quests kommen dafür falsche kiste zack zack davon haben wir jetzt genug jetzt brauchen wir noch rot ein bisschen um genau zu sein 6 da ist noch dreimal das ganze so einmal zweimal und dreimal so aber auch 16 jetzt sollten wir eigentlich fertig sein mit der quest nein müssen wir mangel detect machen alles klar dann nehmen wir alle mal raus mangel detect und zyran warum nicht auch das leid bloß wir haben wir haben wir können sein verdammt wir haben wir können zyran nö zyran so wie die grün und blau und kriegen wir immerhin grün und blau kommt mal mit da machen wir uns mal kurz zyran grün und blau grün und blau wir brauchen ein paar kopf sticks die wir vielleicht irgendwo noch haben warum haben wir hier braun noch daran komm mal her so schmuck aber vielleicht irgendwo noch normales holz rumfliegen nein immer jungle und ich habe jetzt keine lust als boost zu benutzen denn so dankeschön und dankeschön so gucken wir mal grün und blau gibt zyran zyran müssen wir dann auch 16 stück haben dann haben wir eigentlich dann haben wir die quest auch durch sondern aber direkt von zyran sind ja toll jetzt nicht mehr das war es mit zyran jetzt gehen wir natürlich kein zyran mehr ist klar super toll komm es wäre sehr geil wenn ich jetzt dann auch nochmals zyran kriegen würde und nicht nur beim ersten mal oh man da fällt die scheiße direkt da runter gibt es ja gar nicht da hat er ich wollte schon feiern direkt beim ersten mal aber nö alter komm ich bitte dich ich bitte dich danke geht doch ich gleich so schmuck so die zyran kannst du mir bitte geben so blau kommt wieder mit und grün danke so blau und grün können da rein die kommen auch wieder dahin natürlich blau kommt hier wieder hin grün kommt hier hin und dann kommt hier eigentlich zyran hin wird aber nicht mehr haben so eine scheiße ach man haben wir noch eine schere ja haben wir noch porzol nein haben wir nicht so da niemals einen zeppling gekriegt krass das ist der hammer das hätte ich jetzt nicht erwartet kein zeppling hmm so frech alles frech ja wenn man in der männer in werden auch nicht schlecht jetzt muss das jetzt die erde auseinander nehmen ist ja nicht wahr so ich weiß dass noch kompress dort habe ich möchte gerne nur ein bisschen haben ein bisschen ist gut so danke dort spools lief so wenigstens 3 das reicht für das was ich will reicht das vollkommen da kommt unser holz wieder rein also so viel zu wenig ist dort steht außer frage ich brauche mal kurz ein bisschen koppel damit einmal ein bisschen und ich würde sagen ich mache das jetzt einfach ach ja ich mache dann jetzt erst mal zu weil wir brauchen glaube ich gerade kein keine farbe mehr sonst erst mal und dann können wir das immer noch weiter bauen aber ich habe ja auch schiss dass man dass ich hier runter säge ich kenne mich so dann gießen wir einmal kurz die hoch und dann einmal spüren und dann können wir gas geben so so dahin und jetzt geht das rund hier wachse wachse danke so und dann müssen wir 68 mal machen damit wir 16 stück haben 2 3 4 5 dann kommt die 6 so und dann kommt das letzte mal die 8 dann sollten wir 16 haben somit haben wir auch die eine quest fertig theoretischerweise theoretischerweise sehr geil so dann geht er die rund somit kraft und so weiter und so fort ja das kriegen wir dann auch noch alles und wir haben die floating termalili ok und essentia storage von somit kraft ok oder mit der essentia terminal und noch mehr essentia storages ich weiß noch nicht warum aber ok dann sei halt so wir brauchen noch kurz einen davon so dann gehst du bitte mal da dran dann kommt hier das essentia terminal hin so und da kommt dann halt die disketten rein hoffe ich ja sieht so aus ich habe keine ahnung warum das ach so da kann man füllen und cool auch nicht schlecht nicht schlecht herr specht so haben wir dann im system auch erweitert auch schön so dann geht es weiter soundcraft der der iron capped wand und note stabilizer haben wir ok dann haben wir die seeds die verschiedenen oh da kriegen wir die fallen canade und den amaranthus und eine turtle die ich unbedingt brauche ist auch nicht der ist auch der shit in der airball enderperlen für lusitanic sheet kann man damit fliegen ich glaube ja ne die wolf bauti ok ah ok was ist das für ein shield wie kann man das wie baut man das shield jetzt kommt das floral green powder und eine mana infused string und das ist ja einfach ach das ist ja richtig easy da brauchst du nur ein string den du da reinschmeißt und halt dieses green powder string haben wir genug mana da drin ja sehr gut haben wir und dann grün da haben wir noch vier ok da müssen wir noch ein bisschen mehr haben vom grün denn wir brauchen acht insgesamt das wir brauchen noch drei so da brauchen wir noch diesen diesen mörser dafür der bauch total easy zu bauen ist deswegen das ist eigentlich ein witz wenn das wirklich so ist was man dafür braucht den haben wir aber glaube ich noch nicht oder haben wir den schon gehabt ich glaube nicht ich glaube das ist sehr unwahrscheinlich dass wir den schon haben aber vor allem haben wir auch 20 enderperlen schon schon der shit eigentlich so haben wir eigentlich das auch schon fertig ja 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 haben wir genug sulfur ja da ist die quest dann aber auch fertig guck mal an dann haben wir hier noch eine quest für die resources sehr geil auffällig schönes ding dann haben wir noch ein bisschen platz machen wir die dante rein die walkie kann auch da rein so die kann eigentlich zu ende laufen denn eigentlich brauchen wir es nicht du kommst da rein du kommst da rein blaze powder brauchen wir gerade nicht ansonsten bist du schon du hast 16 yellow und kommst dann könntest du auch endlich fertig sein vielleicht ich hoffe es wir haben 720 sieht all das braucht mir 100 oder brauchen wir einen eimer 120 das ist viel zu wenig viel zu wenig freundlich freunde also weiter gebrauchen was zieht ohne ende echt mal so guck mal was war das jetzt holz stick und bowl genau so war dann nämlich total easy holz stick und bowl einmal eine bowl toll 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 heavy genieounds verarschen nach ex head slips mit slips gehe ich scheiße egal sowohl tür dankeschön holzzeuge rein bitteschön holz mäßiges drin außer die haupt wie am 8 dass das krass schnauze da drin habe ich dir da hin und mit prügel gibt es so davon machen jetzt acht zack sind und das ist und da haben wir das lusitanic schielt wofür das auch immer ist ist mir scheißegal aber wir haben jetzt die quest fertig und da kriegen wir jetzt hier irgendwas ich habe keine ahnung wofür das ist wir nehmen jetzt einfach mal wir haben eine volle rüstung und wenn die glaube ich komplett ist kann man damit kann man damit fliegen great fairies blessing ist das ganz böse ein guter kassi google software wheeling bauen aber irgendeine biene ist hier ganz schön gefährlich deswegen lassen wir das erstmal oder ich gehe mal kurz weiter weg und probiere es aus aber ich glaube damit kann man fliegen ich bin mir nicht ganz sicher aber ich mein schon probieren es einfach mal aus oder auch nicht ich habe immer gesagt kann man kann kann man fliegen kann man wohl nicht nur dann in die amulett slot so ein schilder land und schlecht ach so wird das na dann so da packen wir die rüstung mal in das system rein weil die brauche ich dann gerade nicht die könnte ich vielleicht später brauchen mich gegen den wieser kämpf mal gucken die frage ist kann ich das jetzt da rein kloppen ach so das ist so eine real ist ach so das ist nur so ein teil okay alles klar aber geht doch wir sind ja schon gut dabei die sieht sich man auch relativ easy muss ich sagen und terra steel das ist auch geil die rüstung welche rüstung konnte man den fliegen so eine scheiße war das die mit terra steel oder die oder haben sie das rausgenommen dass man damit fliegen kann die ist am geilsten terra steel ist mit einer der geilsten rüstungen die ist der hammer wir bräuchten auf jeden fall den dingens wo wir fliegen können weil sonst haben wir ein problem für den wizard dann irgendwann den wizard natürlich werde ich sowieso in der hölle wahrscheinlich machen aber trotzdem das ist natürlich was für den arsch wir könnten natürlich den hier noch machen der ist auch relativ easy zu machen da brauchen wir einfach nur iron caps die da unten da sind sie wo was normal eisennuggets wo eigentlich noch welche haben sollten genau zack 12 dann stick dazwischen und gut ist sondern dass nämlich das zauberstab der erste den man kriegt den man braucht sagt auffällig so den scheiß können wir auch mal irgendwo aufbauen dann ich würde sagen wir bauen und das hier in unserer magie ecke auf stellen wir uns einfach mal schön schrott einfach mal hier so verließe kiste da kommt natürlich nur das inscribentool drauf so da kommt unser band drauf so zack fertig zack zack advanced node stabilizer da ist für our nodes um die zu stabilisieren um genau zu sein um die du willst dich verarschen mehr dass man da jetzt 32 feier schals brauchen und dann die ganzen scheiß drohnen braucht halt dann ist das so dann müssen wir das auch noch machen okay aber da sind wir schon mal ein bisschen weiter gekommen jetzt ja gucken weil die loben fertig haben gucken vier gab's willst du mich verarschen da kriegst du keine 100 prozent raus oh mein gott da lautet das hat ja ewig honey kommen woanders hin genauso wie beeswax den ich jetzt ausweiten da reingeschmissen habe ja komm her du kommst da hinten rein das könnte ja das kann ja dann ewig dauern bis wir da das fertig haben wir haben immer noch nicht genug fünf seeds fehlen noch fünf stück drei vier fünf passt schauen wir mal wie weit wir mit so einem einmal kommen ich weiß es nicht wir machen das noch kurz aus da ist er und wir haben jetzt genau 1000 für ein bucket wie gesagt ich weiß jetzt nicht wie weit wir kommen damit sind wie viel wie viel sieht man braucht für einen das weiß ich nicht wir schauen aber mal wir brauchen davon ja ein paar so 27 so leid es mir tut brauchen wir davon ganz schön viele aber ich wollte schon mal damit anfangen dass wir nicht irgendwann dann da stehen und ewigkeiten brauchen für die alveary deswegen wollte ich mal anfangen und die folge schon wieder längst vorbei wie ich gerade sehe dann muss ich auch mal gleich wieder beenden hier ach du musst jetzt kaputt gehen da ist aber ein blitz gespawnt die machen töne das ist der shit die viecher also wenn er dort so schön im dunkel spielt alleine den kopfhörer voller pulle und da flüstert da würde ich da ich glaube ich spiele im dreieck so 20 holz haben wir mal wieder immerhin so guck mal ganze drei kam raus ne vier macht er für ein tauch also ein eimer vier stück das geht eigentlich sogar vier stück für ein eimer das geht brauchen wir zwar viele eimer und viele seeds aber kriegen wir hin irgendwie so jetzt gucken wir mal denn so wird die alveary gebaut da ist er vier vier dinge haben wir wow ist ja der shit der shit vier stück kammer ist ja der hammer wie gesagt wir brauchen 27 dafür ich kann noch mal nachgucken aber ich glaube ja genau 27 stück brauchen war aber gut wie gesagt ich werde die folge jetzt erstmal beenden und wie immer sage ich zu euch wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten mal bei einer runde be happy schüßungen schüßungen